jetzt kommt das ganze schwierige jetzt kommt aber nix mehr mit joshy oder so das ist schon der safe und röhrer ok jetzt geht es bei mir weiter muss ich groß oder klein sein das ist relativ das ist egal ok aber klein ist eigentlich besser an manchen stellen wieso wieso machst du das wieso du sollst durch springen hey mario du sollst auf der flamme drauf reiten hey was soll das nein ja 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 nein fuck ich sollte gleich speichern dann in dem moment alter ist das gemein ich 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 nicht ich komme da ernsthaft mit dem fetten mario jetzt nicht hoch rechner warst du da klein oder warst du da groß ich werde glaube ich nicht mehr klein wieso ja weil ich durch den gesafe bin und nirgendswo klein werden kann ja hast du mehrmals da gespeichert nö ne äh muss kurz gucken naja da durch die röhre nach habe ich nicht mehr mehrmals gespeichert ja vor der röhre habe ich gespeichert sicher ja dann musst du das halt nochmal dann machen wir hier safe ok was ist denn mit dir los ne ich hab's weiter geschafft oh ist das mies das war so klar gerade irgendwie dass ich da dass das passiert deswegen muss ich hier nämlich höher und wo komme ich da raus na das war klar ich muss groß sein verdammte scheiße ich komme hier nicht weiter ich muss groß sein verdammte scheiße man muss in dem level groß sein verdammte scheiße man muss in dem level groß sein was nein ich wurde eingequetscht man muss in dem level wo ich gerade bin groß sein nein sonst kriegt die steine hier nicht kaputt oder warte mal die kriegten auch durch die schildkröte kaputt oder durch die grüne welche steine ja so eine blauen ja ok deswegen ist die hier nämlich auch warte die schildkröte ah um sie quern gehe ich hier nicht dass wir hier noch einschalten wo sie nicht ich gehe mal runter will ich ihn runter? ja da sind wir ich muss erst sicher stehen ich habe es voll verpeilt oh shit das kann ich schon vergessen ich hasse es jetzt schon ich habe doch nur ein Zef draußen hoffe ich ne ok glaub in dem Level kannst du groß sein glaub ich aber noch ne fuck kannst du überhaupt in irgendeinem Level groß werden? ja klar in dem Level hier ja schön muss ich aber bis dahinten erstmal wieder hinkommen und du weißt wie lange das dauert ne und das versuche ich jetzt einfach mal ne doch nicht scheiße aber hä du wirst bestimmt vorher in dem Level groß glaub ich muss mir irgendwas dazu angucken vielleicht wenn wieder Stefan weiter ist als wir ja wahrscheinlich aber ich glaub echt man muss die groß werden hallo Geister und da gibt es hier irgendwo ein Ding wo man hochkommt also dass wir mal hier alles auf japanisch drin stehen warte mal wenn ich das so mache ne geht ja nicht muss ich trotzdem da hochkommt muss ich trotzdem da hochkommt ne ne gemein hm pfff ah fuck und tschüss abgestürzt könnt ihr die mitnehmen? hm ja arschloch solltest die mitnehmen oh ich hasse das ey ist doch nicht wahr so so bin ich da rübergekommen voll ey jetzt schaff ich das nicht oder wie denn 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 hier weiter kommen hier weiter kommen ich weiß jetzt hier irgendwo ein unsichtbarer Block um groß zu werden mal schauen ist das wieder so ein Level was schnell geht oder wo man noch beruhigt durchgehen kann und beruhigt durchgehen kann ja oh diese Pflanze ey das aber trotzdem ist das scheiße wiii wiii wo muss ich denn ey komm gar nicht auf die andere Pflanze rüber voll gayness oh ja die andere Pflanze er wird dann rüberspringen ah ah jetzt wurde ich bin ich drüber und wurde eingequetscht du auf dem Feuer schon anspringen oder wie? ne ich bin nach der Rühe kommst du doch die eine Pflanze runter die andere hoch ja da bin ich erst gerade so du musst aber immer noch genug Abstand haben dazwischen ne ja durch das ja durch das scroll Level da muss genug Abstand sein dass du auch schaffst rechtzeitig hoch zu kommen ja das kannst du mit diesem springen das geht und dann rutschst du nachher runter das habe ich schon gesehen danach wird das ja automatisch schneller hm ich schaff das hier nicht durch ich weiß nicht wie das Level geht ich weiß nicht wie das Level geht ich guck mal ganz schnell in die E-Mero rein weil ich will unbedingt wissen wie das so weiter geht und auf ich will wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020